So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge of Shellshock Live! Gemeinsam mit Palutin und Jerm Let's Play! Hallo! Hallo! So, was habe ich denn? Was habt ihr? Nur die krassesten Items. Ich habe ein Sperma. Ich auch, wait. Alter, ich schieße mit dem Sperma. Och, ja. Oh, es war glaube ich zu stark. Tschüss, Sperma. Feier! Oh, die Flower schießt er. Angriff! Da, guck mal, da fliegt's! Oh mein Gott! Den Coal! Oh, wie schön wir treffen! Ja, ich hab... Geil! Ich hab aber trotzdem 20 Schaden gemacht, ja. Also der eine hat gerade gut kassiert. 47 Damage. Ja, wir... Lass uns mal auf den... auf den Right gehen, oder? Rieke. Rieke, okay. Aye, aye, Chef. Gehen wir auf Rieke. Manu nimmt hier direkt das Kommando, ey. Ja klar, Alter. Oh, oh. Ist nicht cool für Granaten. Oh nein! Nein! Ah, Piesel! Ach! Nein, wir haben dich fast verloren. Okay, ich mach ein Mini-V. Äh... So sollte passen, hoffentlich. Vielleicht immer noch zu stark. Warte mal, wenn ich da hingehe... Nee. Ich nehme das Zweifach-Ding, wenn's geht. Schade! Ah, okay, Pieselat. Sehr schön. Jawoll. Der hat auf jeden Fall ganz gut Kassi... Oh ja, es geht über! Oh yes! Ja! Oh. Oh Mist. Ah, 25 Damage. Ich hab wirklich gar nichts. Der hat noch 36. 90?! Alter, hat die Blume gut getroffen, Paluten. Ja. Der Blumen-Gott. Ich bin impressed. Edgar wär stolz. Dankeschön. Ich hab'n Disco-Ball. Oh. Das könnte bei drei Leuten echt cool sein. Oh nein. Lass Pieselat. Lass Pieselat. Ah! Genau in meinem Mull. Oh, es ist eigentlich relativ Nebepaluten explodiert. Oh Gott. Ich muss auf jeden Fall mal so ein bisschen... Oh, gib mir das bitte. Okay. Ich zieh genau durch. Ja, mein Schuss fliegt auch in die Richtung, aber du fliegst ja weiter als ich. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Ich mach. Flowie, Powie! Ja, ich hab's. Ich hab's. Doch, doch, doch. Da geht ein paar. Disco-Pogo! Ding-a-ling-a-ling! Wo hast du denn hingeschossen? Boah! Ja! 144 Damage! Oh nein! Alter! Alter, danke, dass ihr mich so carried. Alter! Ich hab' gerade nicht gut getroffen, weil der eine hatte auch noch 19 HP. Wenn wir den wegbekommen... Ja, ja, den müssen wir jetzt echt töten. Ich werd' den mit'n Dead-Away töten. Ihr müsst den nicht mehr anballern, okay? Okay, ja. Ich töte den jetzt hundertprozentig. Oh, oh. Ich hab' nur Angst um ein paar Looten. Nein! Ah! Oh Gott! Nein, du bist tot! Oh! Und du hast'n Bilder auf dir, Manu. Ja! Nicht so lecker. Okay, ich schieß' auf Ass-Kick-Boy. Oder soll ich versuchen, Blue-Bam zu treffen? Nee, nee, den Blue-Bam natürlich. Warum denn auf Ass-Kick? Da ist eh'n Portal im Weg von Ass-Kick-Boy. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Ich war wie so'n Schutzschild. Katze, bitte, bitte enttäusch' mich nicht. Er ist tot. Katze, Katze, bitte. Nein, Katze hat mich enttäuscht! Katze, na toll. Ich hab' noch'n Pixel. Der Pixel tötet mich. Mah, kannst dich mit Paluten tauschen? Der eine schreibt, fuck. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Der hat beleidigt. Echt? Also, wenn du Blue-Bam auch am schießt, ist gut. Weil der hat 40 HP. Ja. Ja, ich hab' Kree. Das ist die zweite Form von diesem Stream, oder nicht? Ja. Der eine schießt auf jeden Fall komplett daneben. Oh nein. Der eine will mich komplett tot sehen. Ah, loll. Dankeschön, ich bin doch schon kaputt. Lass dir noch mal in Ruhe! Oh nein, ich kann mich nicht bewehren, ich bin jetzt eh tot. Okay, ich schieß' jetzt ein Static auf den Blue-Ban. Ich werd' auf Blue-Ban gehen. Ja, genau. Und der Static, der schießt ja so'n Blitz auf alle in der Nähe. Oh! Oh, yes. Ja, der ist. Ja, okay. Da hab' ich noch 50 Schaden gemacht. Nice. Ich 42. Ich nur 38. Nee, du hast 38 nur. Achso, vielleicht hast du ihn vorher erwischt, oder so. Okay. Oh, guck mal. Und der S-Kickbar hat sogar was im Weg, dass er nicht so gut zu uns schießen kann. Ja, aber ich kann mich auch nicht wegbewegen. Wir kickten jetzt sein Ass, Manu. Oh ja. Oh, Alter. Oh, oh! Was? Oh, der hat den besseren Pixel. Der schießt doch für mich. Oh. Ha, Noob. Okay. Oh, das wär' geil, wenn jemand so'n Back-Roller auf den Double... Ja, das wär' eh. Stimmt. Aber ich hab' keinen Back-Roller oder so. Ich hab schon gelockt. Verlooten, dein Plan war aber gut. Hätt' ich umsetzen können. Ja, warum achtest du denn nicht da drauf? Weil ich ein doofer Panzer bin. Tut mir leid. Was bist du? TF? Seid ihr YouTuber? Ja, klar. Ach Gott, was ist das für'n erbärmlicher Versuch. Oh, man pickst uns auf. Ah, oh! Ein geiler Versuch. LOL! Boah! Das ist ein Double-Damage. Alter, warum wird der Chat nicht mehr weg? Ah, okay. Panik. Ja, er ist genau um meine Schussbahn gefahren. Klar, ich bin krass. Nice. Klar, wie krass. Wird Zombie einen Schuss in der Runde treffen? Ne. Oh, Chicken Wings. Oh nein, nein! Ich hab' keinen Hunger! Boah. Das kann er akzeptieren. Ja, okay. Ich treff' ihn auf jeden Fall. Äh, hab' ich was besseres als 35 Schaden? Ich hab' die Palme, aber die meine ich nicht. Rapide Feuer! Rapide Feuer! Oh, geil. Alter, das sieht geil aus. Ja, aber nicht gerade effektiv. Ich hab' 10 damage gemacht. Nee. Ich auch. Er ist stehen geblieben. Warum? Oh nein, 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 nein. Das macht nur 10 Schaden manchmal oder 20. M-Manyu hat's schon seit 7 Runden oder so. Ja, ich spür' mein Ende! Ich spür' mal weg. Ich schieß' glaub' ich in die Portale und treff' nicht. Okay, warte mal. Vielleicht hab' ich auch wieder Glück und es prallt in der Wand jetzt ab. Ich probier' mal was. Jaaaa! Oh, 6 Schaden. 18 damage, cool. Nice. Oh. Alter, wie viele Zahnräder in der Runde droppen? Voll geil. Meine Runde. Liebe Zuschauer von Zombies, tut mir leid, falls ihr das hört. Haben sie nicht gehört, oder? Er holt sich erst mal was. Oh Gott. Und trifft perfekt. Oh ja. Er hat einen Schockshell bekommen. Im Spiel Shellshock. Ich bin doch schon tot. Warte, Manu. Soll ich das oder nimmst du? Nimm du. Okay. Oder wenig. Ich auch nicht, aber ich probier's. Bissens einmal. Äh. Äh. Back-Roller. Oh, ja. Ja, 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 ja. Komm. Oh, Manu. Wow, ey. Toll, Menin. Ja, danke. Oh, guck mal, der hat einen Super- Ach, das ist der Schockshell. Was? Das geht komplett durch? Bam. Alles. Alles klar. Dafür brauchst du ja gar keinen Skill. Hä? Ist ja auch ein Shockshell. Ey, komm, sorry, aber was ist das denn Item? Oh nein, und dann nimmt er irgendwas Kleines. Ich hab nichts mehr Gutes. Oh Gott, oh. Doch, irgendein Schuss, der exploded. Jetzt, nach seiner Runde krieg ich was Gutes. Du bist tot. Ich hatte einen One-Bounce, einen Boomer-Hang, eine Palme und einen Splitter. Good luck. Oh nein. Der schießt einen Blitz. Ja, der nicht trifft. Hättest du Schaden machen können? Ja. So. Oh nee, jetzt ändert sich die ganze Map. Na, du kannst ihn aber trotzdem direkt treffen. Mit Rapid-Fire oder so. Okay, wenn du an dich glaubst, dann triff ich. Ah. Ja. Ja. Balloon hat es erst nicht verstanden. Ne, ich dachte so, was, nein. Was ist der Plan dahinter? Ja, MVP mit 55 Damage. Ich hab 340 Damage gemacht. Ich hab 46. Ich war mal an den Berg. Oh. 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 Oh, hab ich viele coole Sachen. Ich auch. Also die Map. Ich hab einen Area Strike. Ich werd direkt nach ganz rechts ballern. Beginn auf. Er, ich, oh. Er lebt. Oh nein. Oh Gott. Nein. Au. Au. Das war schmerzhaft. So. Ich fang einfach mal mit nem Blümchen an. Ich mach einen Area Strike. Ich hab voll den Fetisch in meinem 45 Grad Winkel zu schießen. Oh nein. Wie scheiße war das denn von mir? Die Granate. Oh, hat der ein Glück. Yes. Oh nein. Vor allen Dingen hat er da jetzt schon so ein kleines Loch. Ach, verdammt. Jetzt ist er aus dem Loch rausgefahren. Ich hasse den Boomerang. Oh, wenn ich einen Sniper hätte, würde ich den töten. Ja, der Boomerang ist scheiße. Okay, dann teste ich damit, wo ich schieße. Oh. Ah. 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 Alter, du hast gefressen. Ja. Ja, geil. Genau in meine Bahn. Nice. Ja, bei mir auch. Äh, ich hab aber... Scheiß auf alles. Boah, was ich jetzt mache. Er kann so nach hinten losgehen. Oh, scheiß. Oh Gott. Nein. Echt unterschätzt. Oh mein Gott. Oh oh. Ich bin tot. Ja, ich bin echt tot. Ich hab mich nicht bewegt. Minion. Warum kriegen wir keinen lila Kreis, der uns schützt? Keine Ahnung. Oh oh. Nein, Chicken Wings. Oh oh. Oh oh oh. Wollte dich aber echt tot sehen. Ja. Die wollten Minion richtig leidend sehen. Okay, Zombie, wir müssen es machen. Zipper, los. Los, Schuss 3. Ihr habt verloren. Ich im Palutner die selbe Stelle schießen. Ja. Zipps den immer zweimal. Äh, Zipp. Jocker, Hacker. Ja, genau. Ja. Ach komm. Erstmal 10 Rüstung für den Asskick Boy. Ich glaub, die muss einfach heute unseren Ass paluten. Ja, das Gefühl hab ich auch so ein wenig. Also ich werd gar nicht mehr erwähnt. Du bist schon tot? Ja. Wird die Toten bestimmt im Himmel. Oh Gott. Alter, ein Regenbogen. Was ist das da für Konfetti? Leute, hört auf die Leichen zu schenken. Oh. Dafür haben die echt einen, toll. Ein Fetisch. Ach man, ich wollte so gerne deine Treffen. Oh, nimm das Palette. Ob ich Traum bin? Was denn? Den Teleporter da oben. Ich wette, ich schieß daneben und hasse mein Leben. Oh nein, du nimmst den Digga, Digga. Snake. Los, Snake. Oh, yes, 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 yes. Ja. Ja, der trifft. Komm zum Schlange, geh nach oben, geh nach oben. Ach komm. Mit den Schlangen haben die grad echt ein Händchen. Eine Schlange hab ich lange keine gehabt. Das wäre nicht Damage. Also ich hab 72. Das geht doch. Oh, Palette, guck mal. Ja, ich seh's. Tschüss. Wir gerne im Schutzschild. Oh, der hat immer Schammeldämmend. Oh, komm. Ich hab einfach vor sein Gesicht. Dafür belohnt zu existieren. Du musst dich jetzt gleich ganz dringend nach links bewegen. Die haben genau deine Luftbahn. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ja, danke fürs komplette Zerstören von Pixel. Pixel. Versucht den Playbananas mit einem zu treffen. Nimm Volcano. Okay. Nimm Volcano. Keine Ahnung, was das ist. Das klingt aber richtig stark. Okay. Volcano! Oh. Oh, er trifft, er trifft, er trifft. Oh! Ja. Hä? Okay. Ja, okay. Das Feuer macht wahrscheinlich gut Schaden, wenn's trifft. 20, alter. Risk. Aber du hast nicht auf Blue Banana geschossen, Paluten. Sollte ich das? Ja, natürlich, wir wollen doch nicht drei Feinde durchgehend haben. Oh. Oh Gott! Oh nein! Ich glaub Paluten hat er sich auch nicht bewegt, oder? Doch, doch, hatte er. Achso. Jetzt geht's wieder in die alte Spur. Schieß auf den Teleporter und steh zwischen mir. Ja, schieß, genau. Ja, mach ich. Ja. Ich hoffe, du stehst da links oben auf dem Berg dann, oder so. Das wär lustig. Oh. 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 Du bist schon wieder nicht auf die blaue Banane gegangen. Ja, ich weiß! Aber ich hab... Ich... 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 I have Palu. Alter. Du bist Palu. Ach, der nimmt bestimmt so'n, so'n, ähm... Durchschieß-Ding. Wie viel Schaden macht der Deadweight? 25, 20? Oh nein. Oh ja. Nein! Nein! Ah! Ja, dann das doppelte Lottchen. Ja, dann geb ich zu. So, mir das tut mir leid. Dann schaffst du's. Aber ich... Jaaaa... Ich hatte eh seine Schussbahn. Aber egal. Jetzt sollte er versterben. Na toll. Ich mach die fertig. Easy. Hoffe ich. Mach einfach einen Backroller. Oh nein. Ja. Superweiler Schuss. Superweiler Schuss. Das ist echt erwärmlich. Ja, kill die beiden jetzt einfach und dann GG. Okay. Dann mach ich... Oh, du kannst in den Teleporter reinballern. Ja. Der trifft eh den... Rechten. Aber ich will... Ne, ich will die Schussbahnjahr haben. Ja, aber das ist dein letzter Schuss. Nein, guck. Ich treff jetzt beide mit meinem Ringer. Bäm! 80 Damage. Boah! Trotzdem. Der letzter Schuss. Oh oh. GG. Ne, ne. Die haben keine Waffen mehr. Okay. Mhm. Genau. Und du hast kein Leben mehr. Doch, doch. Die dürfen nur keine 27 Schaden machen. Ne, keine Waffen! Hä? Ja, die haben komplette Kacke geschossen. Feuer. Oh. Ja, alles in den. Nein, 3 Damage. EG. Oh. Teleporter. Die stehen so kacke. Äh. Kann mich warum der eine mit der Sniper geschossen hat. So. Weil es super stark ist. Ja, aber dann sollte man ja... Oh, Blitze! Oh, da kam was raus. Geil. 50 Damage. Komm schon, die müssen einfach... Jetzt habe ich keine richtigen Waffen mehr. Jetzt habe ich keine richtigen Waffen mehr. Aber nach dem... Nach dem Schuss, oder? Ne, ne. Nachdem ich dran bin, kommen erst neue Waffen. Scheiße, die werden neue Waffen am Anfang haben. Ist das so? Ja, ich glaube schon. Ich habe auch nichts mehr was... Ich kann auch meinen Bonuspload reinballern. Aber sonst... Ja, Eike! Mach mal! Der braucht nur 10 Jahre. Eike muss überlegen. Oh oh. Nein, 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 nein! Er ist in mich reingespaut. Oh nein, nein, nein! Oh. Oh. Aber ich habe noch gut Damage rausgehauen. Das stimmt. Das, was mir wäre... Ja, ich auch. 308 Schaden. Null? Eigentlich hätte es auch mehr alleine anfangen können. Helder. Das war der Ausgleich für die erste Runde. Level 30! Ah! Was? Ja. Fireworks habe ich eingeloggt. Oh, die kenne ich. Nice. Ja, gut. Dann waren es 2 coole Battles gegen die 3 random Leute. Grüße an R.Eike7, Ass Kickboy und wie auch immer der 3te hieß. Hier ist jetzt das Menü da. Blue Banane. Blue Blaue Banane. Ich habe heute Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.